Die Gelbwesten sollen weitermachen, egal. Schrecklicher Anschlag, das war schrecklich, aber sie wollen nur ablenken hier. Die Regierung wollen nur so machen. Hey, Proteste, ihr Gelbwesten, ihr könnt doch nicht hier Proteste machen, wir haben gerade einen Anschlag, macht mal bitte Pause. Nein, die Regierung ist auch scheißegal. Darum viva la Revolution, weiter so ihr Gelbwesten, ihr sollt weitermachen. Die Franzosen sind die Vorzeigerevolutionäre, sollen weiter schön hier die Nähten platzen lassen. Ja, weil so geht es gar nicht. Immer dieses, es ist richtig verwerflich, was die Regierung macht, immer das, sie nutzen das aus, wenn Attentatanschläge, wahrscheinlich waren es auch die Hintermänner, die, den Psychopathen da frei laufen lassen, damit er es macht. Manchmal guckt er auch zu, die wissen wahrscheinlich auch, oh, der hat was vor. Lassen wir das, lassen wir das durchgehen, damit wir später sagen können, hey, hey, Gelbwesten, macht keine Proteste, das Land ist in Trauer, wir haben gerade Attentat gehabt, bitte. Nee, 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 es geht schon seit dem 11. September so, dass hier rumgespielt wird. Diese Geheimagenten und so sind nicht alle, sind nicht alle sauber, müsst ihr wissen. Was heißt hier Geheimagenten, also diese Geheimdienste, etc. Man soll nie glauben, 100% fürs Volk arbeiten, es gibt nicht sowas. Es gibt auch viele, die machen hier nach ihren Interessen, nach ihren verwerflichen Planen und das soll man, und die ganze Welt weiß, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist echt. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt.